Willkommen Rico in Bad Kreuznach! Willkommen liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zum nächsten Monatsrückblick, diesmal zum Juni hier im Shred Talk auf EMTV News. So, ja Rico, du bist in Kreuznach und was schauen wir uns heute an? Wir schauen uns fünf Highlights an vom letzten Monat. Juni war ja auch der Monat der Eurobike, aber wir haben uns die fünf Highlights rausgepickt, die unsere Leserinnen und Leser eigentlich am coolsten fanden. Und deswegen würde ich ganz gerne mit der 5 beginnen. Das ist ein Simplon Repcon P-Max mit Pinionmotor. Der Pinionmotor, da kommt man noch ein bisschen später dazu, weil der scheint allen sehr gefallen zu haben. Okay, und was ist das Besondere an dem Simplon, abgesehen von dem Pinionmotor jetzt? Also es ist eine vollkommene Neuentwicklung. Wir haben einen Carbonrahmen, das Ganze wird mit FIT gemeinsam gemacht. Also FIT ist ein E-Bike-Systemanbieter aus der Schweiz. Die liefern Akkus und Displays etc. Und Simplon hat sich hier gedacht, sie machen dann ein All-Mountain-Enduro, also je nach Ausstellung zwischen 150 und 170 Millimeter Federweg. Und hier, wie man schon sieht, ein Riemenantrieb. Also sie setzen quasi alle Vorteile, die der Pinionmotor mit sich bringt, werden da umgesetzt. Das Ganze ist ganz wichtig. Blöde Frage, was ist denn der Vorteil von so einem Riemenantrieb hier? Der Vorteil von so einem Riemenantrieb ist tatsächlich, er hält super super lange und er ist leise. Das heißt, kann er nicht durchreisen wie eine Kette? Eher nicht, oder? Das geht eigentlich nicht. Also man muss natürlich auch alle 10, 15, 20, 1000 wechselt man. Beim E-Bike wechselt man, das wissen die Leute, circa 1500 bis 2000 Kilometer Kette und Schalt, also Kassette in der Regel. Hier ist es alles viel langlebiger. Und du hast da hinten auch kein Schaltwerk, geh gerade noch ein Bild zurück. Genau, also man hat hinten kein Schaltwerk. Okay. Du hast keine Kassette, damit hast du weniger unbewegte Masse am Hinterrad. Ungefederte, ja? Ungefederte natürlich. Und das Ganze wird tatsächlich ein bisschen lebhafter. Also man muss den Dämpfer ein bisschen umstellen, man muss ein bisschen gucken. Es ist ein bisschen anders. Es ist aber schon, das macht ziemlich viel Spaß, tatsächlich. Also es ist auch diese ganze Pinion-Nummer, wie gesagt, wir kommen später nochmal dazu, weil der Pinion-Motor hat es natürlich auch in die Highlights geschafft. Das ist schon was Besonderes. Okay. Ansonsten haben wir hier eben dieses Rad. Startpreis sind 8999 Euro. Wie man es von Simplon gewohnt ist, können wir hier über den hauseigenen Konfigurator quasi bei der Bestellung das Ganze noch ein bisschen individualisieren. Ist in Summe ein ziemlich cooles Rad mit coolen Features. Okay, damit hat es das echt in die Highlights des Monats verdient. Sehr schick. Du bist das schon gefahren? Ich bin das schon gefahren, allerdings in Rahmengröße M. Rahmengröße M ist für mich ein bisschen zu klein bei dem Modell. Deswegen habe ich mich da mehr auf den Motor konzentriert. Okay. Genau. Nummer 4. Nummer 4. Der gleiche Motor. Bulls VUCA Evo All-Mountain ist ein komplett neu entwickeltes All-Mountain. Startpreis hier 8999. Federweg auch um die 150 Millimeter in Front und Heck. Full 29. Carbon-Rahmen. Großer Akku. Und es sieht sehr geil aus, oder? Es sieht ziemlich geil aus. Okay. Krass. Was man auch nicht so richtig sieht, das ist tatsächlich bei der Eurobike gemachtes Bild. Finde ich ganz schön cool. Wahnsinn, ja. Also es ist ein cooles Rad, es ist ein schnelles Rad, höchstwahrscheinlich. Ich konnte es einmal, wie gesagt, bei der Eurobike hatte ich es in der Hand. Bei der Vorstellung von dem Motor hatte ich es auch in der Hand. Der Motor wurde kurzzeitig mal in Riva vorgestellt. Ist in Summe ein spannendes Rad tatsächlich. Also VUCA Evo AM2. Genau. VUCA Evo AM2. Sehr, sehr schön. Dazu gibt es tatsächlich auch noch ein Video von der Eurobike mitgebracht. Ja, ist ganz spannend. Im Artikel würde ich es mal verlinken. Ja, perfekt. Genau, auch hier, wie gesagt, Pinion MGU E1.12. 12 bedeutet, wir haben 12 Gänge. Gut. Mal gucken, ob jetzt wieder Pinion im nächsten Highlight mit drin ist. Ich glaube, jetzt kommt kein Pinion. Jetzt kommt M1 mit dem neuen Bosch SX-Motor. Kleinerer Motor. Light-EMTB 55 Nm maximales Drehmoment, aber 600 Watt Leistung. Das bedeutet, er hat eigentlich Leistung wie ein großer, also wie ein Bosch Performance SX. Und das spürt man auch tatsächlich auf dem Trail. Also man hat nicht so dieses Abhill-Gefühl, wo man kaum hinterherkommt, sondern auch hier ist echt Abhill-Flow, wird hier generiert. Ist ziemlich cool. Das ganze Rad ist ziemlich cool. Okay, also wir hatten ja schon mal M1 hier im Test und haben auch schon viele gesehen und die sahen immer futuristisch aus, aber es war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, boah, das finde ich total geil. Das ist das erste M1, was ich so richtig schick finde, muss ich sagen. Wie findest du es? Du bist ja auch so... Ich finde es ziemlich schick. Okay. Mir gefallen die Dimensionen vom Rahmen, also der Carbon-Rahmen ist nicht so voluminös. Die Silhouette vom Oberrohr in die Sitzstreben finde ich richtig, richtig gelungen. Und was mir bei dem Rad wirklich auch gefällt, ist dieser hauseigene... Also M1 baut halt einfach den Dämpfer special ein. Man teilt das Oberrohr und damit kann man den Dämpfer da ein bisschen verstecken. Okay. Was ich tatsächlich bei dem Rad total gelungen finde. Also es gibt andere Modelle, wie du es gerade gesagt hast, die waren, naja, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber das hier ist gelungen. Also mir gefällt das ein ziemlich cooles Ding. Und das bist du auch schon gefahren? Ja, das bin ich auch schon gefahren. Und dazu wird es noch einen Test geben. Perfekt. Also es sieht in Summe sehr, sehr, sehr schnittig aus. Wir starten auch bei 8, irgendwas über 8000 Euro. 6500, oder? Ist das das? Ah, genau. Also es gibt, da gibt es verschiedene Plattformen. Also du hast quasi, je nachdem, also das Modell selber heißt M1 400SX und dann gibt noch EN vor dem 400 oder GT oder World Cup und so weiter. Das World Cup kostet aber 15.000 Euro. Okay. Hat dafür dann aber auch Bikerhead-Laufräder und wiegt 17 Komma. Das heißt, man kann sich für die 15.000 entweder, ich bin 15 oder 17? 15. Das heißt, da kann man sich entweder zwei von den normalen kaufen oder ein gutes, teures. Ein extrem teures, ja genau. Kann man so machen. Alles klar. Sehr cool. Ich kann es schon erahnen, was ich hier sehe. Was siehst du denn? Das Logo schimmert so ein bisschen durch. Ja, das stimmt tatsächlich. Es schimmert ein bisschen durch. Bosch Performance Line SX, ganz klar. Hat die Leserinnen und Leser massiv interessiert. Das ist ein Riesenthema, wird in den nächsten Wochen, Monaten ein Riesenthema werden, weil ganz viele Hersteller damit auf den Markt kommen werden. Du warst ja auch sehr begeistert davon. Also ganz viele kennen ja den regulären Motor, den es bisher gab, den CX. Wie fühlt der sich jetzt an genau? Also der SX fühlt sich so ein bisschen, der hat weniger Drehmoment, so vom Gefühl her. Das bedeutet, wenn du jetzt jemand bist, der gerne die Beine einfach nur fallen lässt und sich den Berg hochschieben lässt, dann ist der SX nicht ganz der richtige Motor. Dann ist der CX einfach Bombe. Oder wenn du so technische Abhilfs hast, wo du mal schnell über einen Stein noch mit so einem letzten Kick musst, wo du halt einfach dieses Drehmoment brauchst, ist die CX besser. Aber jetzt im Vergleich zu einem TQ oder zu einem Malo? Ja, also das ist ein absoluter Light-EMTB-Motor. Und ich würde aus meiner Sicht sagen, ich bin aber auch, wie gesagt, ich bin kein Hungerhaken und so weiter, finde ich den im Light-EMTB eigentlich, würde ich aktuell sagen, fast den besten Motor. Einfach, weil er wirklich, wenn ich es brauche, schiebt. Man muss aber sagen, er ist größer als, weil du gerade gesagt hast, TQ oder Fazua, er ist auf jeden Fall größer im Designpreis, gewinnt der Motor wahrscheinlich nicht. Und er ist ein paar Gramm schwerer, okay, aber er ist auch lauter. Ja, also er ist jetzt nicht, er ist leiser als eine Bosch CX, aber er ist eben lauter als ein TQ. TQ ist ja wirklich, da hörst du die Reifen und die Hose rascheln, das war's. Und das ist hier ein bisschen anders. Was dazu natürlich noch kam, ist ein Range Extender. Da warten ganz viele schon ewig lang drauf. Jetzt gibt es einen 250 Wattstunden Range Extender, der auch mit der CX funktioniert, ganz klar. Es gibt einen 400er Akku für das Motorsystem an sich. Das heißt, wenn der aber stärker ist, ist es auf alle Fälle was, was auch Leute ausprobieren können, denen einfach bisher die Light-EMTB-Motoren zu schwach waren. Also ich bin schon welche gefahren, da hatte ich jetzt nicht so super viel Spaß mit. 1000 Prozent, also ich würde dir den Motor, ein Rad mit dem Motor, würde ich dir sofort sagen, probier es aus. Es ist ein bisschen, es gibt einen neuen Modi, das ist der Sprint-Modus, der wird nicht bei allen EMTBs drauf sein, aber wo er drauf ist, da wird es halt cool sein, weil der ist ein progressiver Modus, ähnlich wie der EMTB-Modus, aber da wird halt der Support über die Trittfrequenz generiert. Das heißt, wenn du holst eine hohe Trittfrequenz, schiebt er mehr als bei einer niedrigen. Das ist genau das, was sportliche Leute eigentlich haben wollen. Ist das also nichts für das, was man ab und zu irgendwie auf den Radwegen sieht, dass jemand mit einer super niedrigen Trittfrequenz einfach nur so... Nein, das wäre der völlig falsche Motor dafür. Das heißt, es wird dann weiterhin auch wahrscheinlich den anderen geben, weil es zwei verschiedene Zielgruppen dafür gibt es dann. Total, also es wird einfach mit dem neuen Motor, wird das Ganze noch differenzierter. Wir haben immer noch Performance-EMTBs mit der Bosch CX und wir haben dann eben Light-EMTBs mit Bosch SX. Das ist so, also die werden miteinander da sein, auf jeden Fall. Was aber auch neu ist, es gibt auch noch ein, zwei Displays, neue von Bosch. Das ist einmal das Bosch Kiox 500, das ist ein bisschen größer als das 300er. Ihr kennt wahrscheinlich alle das 300er. Das hier ist ein bisschen größer, zeigt aber das Gleiche an. Hat aber einen Vorteil gegenüber dem 300er. Man kann die Sachen, die angezeigt werden, kann man konfigurieren. So ähnlich wie bei einem Garmin, wo du sagen kannst, ich will sehen das, das, das und dann wird es angezeigt. Das finde ich ganz cool, ganz praktisch, wenn man es nutzt. Und, und das ist ein echtes kleines Highlight, Purion 200. Sehr schick, ja. Das ist ein Nachfolgedisplay, also von dem alten Purion, ihr kennt es alle, das war ein bisschen größer. Die Tasten hatten wenig Feedback, war trotzdem lange Zeit eines der Displays. Und jetzt kommt eben die LED-Remote, würde ich sagen, um einen Monitor ergänzt auf den Markt, was top ist. Also es ist gestochen scharf, man kann es während der Fahrt gut sehen, also es zeigt alles an, was wichtig ist. Okay. Das Einzige, was noch nicht geht, was heißt noch, ich weiß nicht mal, ob es irgendwann mal gehen wird. Das Einzige, was nicht geht, ist, darüber navigieren. Okay, ja. Das funktioniert nicht. Ich hatte da bei Bosch nachgefragt, ob man nicht einfach kleine Pfeilchen einblenden kann. Aber da hat man bei Bosch gesagt, naja, das machen wir langsam, Rico. Wir haben jetzt erstmal das Purion 200 gebracht, da sind wir happy mit. Ich bin auch happy damit. Natürlich haben die bei Bosch eine sehr lange To-Do-Liste, wo so Krimskrams eher weiter unten angesiedelt ist. Das wurde mir auch gesagt. Also die haben tatsächlich gesagt, sie schreiben es auf ihre To-Do-Liste drauf, aber es wird wohl recht weit unten landen. Okay. Genau. Platz 1, ja. Also kommen wir zum Platz 1. Du kannst es wahrscheinlich schon erahnen. Ja, ich sehe es schon. Ja, genau. Genau. Der neue Motor von Pinion mit integrieren Schaltgetriebe. Der hat euch allen zu Hause auch am allermeisten interessiert, hat die meisten Klicks, das Vorstellungsvideo bei uns auf YouTube, die Artikel bei uns in den News, genau. Wie findest du es? Ich finde es auf jeden Fall einen Schritt in die richtige Richtung. Wir hatten ja vor vielen Jahren schon immer wieder mal drüber sinniert, dass es cool wäre, wenn man einen Motor mit integriertem Getriebe hätte. Es gab dann aber die Leute, die gesagt haben, das funktioniert nicht. Die anderen sagten, es funktioniert. Und ich persönlich habe mir immer so gedacht, also wenn es jemand kann, dann Pinion. Wir haben vor zwei Jahren, haben wir mal Effigier schon mal gesehen, war auch letztes Jahr auf der Eurobike. Aber der Motor wird kaum verbaut. Und ich glaube halt, wenn du einen neuen Motor auf den Markt bringst, dann steht und fällt das mit deinen potenten Partnern, die du halt hast, irgendwelche Hersteller, die den Motor verbauen. Und da hat Pinion einen coolen Schachzug gemacht. Hat relativ schnell ZDG sich ins Boot geholt. Und es gibt halt so große Marken wie Bulls oder Rotwild oder Flyer, Simplon, die den Motor verbauen. Auch im urbanen Bereich gibt es viele Hersteller. Und ich glaube halt, wenn du einen neuen Motor bringst und der direkt so massiv verbaut wird, dann hat er Erfolg. Okay. Und der Ansatz an sich ist ja cool. Also einige kennen ja vielleicht den ganz normalen Pinion-Getriebe, was ja schon immer so ein bisschen aussah wie ein E-Bike-Antrieb, dass sich die Leute sogar Sticker drauf gemacht haben. Hey, es ist ohne Strom. Und ja, da den Motor dran zu flanschen oder das Ganze zu integrieren, ist halt ein super cooler Schachzug. Auf jeden Fall richtig cool. Du kannst, den Motor gibt es mit einem 12-Gang-Getriebe oder einem 9-Gang-Getriebe. Die Gänge werden elektrisch geschaltet. Großer Vorteil ist, du kannst die Gänge im Stand schalten. Das heißt, du fährst an die Ampel ran und kannst einfach, wenn du weißt, oh, ich bin jetzt hier mit 60 kmh herangefahren, bin im letzten Gang, muss aber in einem kleineren losfahren, dann schaltest du es einfach runter. Ist das ein Trigger oder ein Trigger? Das ist ein Trigger, das ist ein Selbstentwickler von Pinion, der ergonomisch fantastisch ist tatsächlich, super Feedback gibt, also richtig gut schaltet, muss ich sagen, er quittiert aber jeden Schaltvorgang, also der Motor quittiert den Schaltvorgang immer mit einem Ton. Also man hört den Gangwechsel vor allem Stand auf jeden Fall. Welche Vorteile hat es, so ein Pinion-Ding zu fahren? Wir hatten es ja eben schon, ungefähr datemasse hatten wir, dann diese Schaltvorgänge, sind immer möglich und dann, wir haben wenig Wartung, weil man einen Riemen verwenden kann. Die Haltbarkeit ist das Riesending. Du kannst kein Schaltwerk mehr zerstören, weil es keins gibt. Genau. Du hast je nach Bauart vom Rad, hast du einen Kettenspanner dran, einen kleinen, der ist aber relativ weit oben, also da wird wahrscheinlich nichts passieren, du hast den Riemen, der ewig hält, außer Rotwild, die machen es mit einer Kette, das ist aber auch eine etwas breitere Kette, die wird auch lang halten, aber das Thema Haltbarkeit ist halt das Riesen-Riesen-Riesending. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und natürlich für die Zukunft, ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwann die Schaltung da drin automatisch funktioniert. Das bedeutet, dass du halt einen Special-Mode einlegst, der dann Auto heißt und dann schaltet das halt nach deiner Trittfrequenz oder was auch immer, was ganz nice wäre auf jeden Fall. Okay. Gut. Ja, also da vielleicht der Tipp an euch, wenn es bei euch in der Nähe einen passenden Händler gibt, fahrt das Ding einfach mal Probe, einfach um mal erfahren zu haben, wie sich das anfühlt und ob das was für euch wäre. Sollte man auf jeden Fall tun. Also es ist Special, es fährt sich gut, sehr kraftvoller Motor, 85 Newtonmeter maximales Drehmoment, am kleinsten Gang, richtig viel Dampf, nicht ganz leise, zwei Gangsprünge, also sprich vom 4. in den 5. Vom 8. in den 9. Da muss das Getriebe einfach ein bisschen mehr machen, als nur einen Gang wechseln. Hier haben wir aber, ich konnte da mit ein paar Jungs von Pinion auch mal drüber sprechen, die haben gesagt, naja, vielleicht kann man noch an dem Design der Zähne feilen, vielleicht kann man an der Software noch ein bisschen schrauben, dass die die Lastspitze an der Stelle rausnimmt und der Motor ist in manchen Gängen relativ laut. Okay. Das muss man ganz klar sagen. Aber es ist jetzt nicht durch die Bank in allen Gängen laut, bloß? Genau, also es gibt die hohen Gänge oder die Gänge für hohe Geschwindigkeiten, 9, 10, 11, 12, da ist er eigentlich nicht zu hören und es gibt aber die Gänge 1 bis 5, wo man ihn massiv fährt, vor allem in der maximalen Unterstützung. Hier auf jeden Fall mein Tipp an alle, vorher Probe fahren, ganz wichtig. Ich kann mir vorstellen, dass man Pinionräder bei den nächsten größeren Events auf jeden Fall ausprobieren kann. Wobei nochmal wegen der Lautstärke, wir hatten halt auch ein Vorserienmodell, ich weiß noch, ob das in der Serie anders ist, kann ja sein, dass die normale Version leise ist. Genau, das ist immer so eine Sache, die vergesse ich ganz gern. Wir kriegen die Sachen relativ früh, wurde mir dann auch nochmal von Pinion gesagt, dass es auf jeden Fall, sie noch dran sind und sie haben eigentlich das Feedback, was wir so gegeben haben, haben sie dankend angenommen und waren auch happy damit, dass wir eben auch so Dinge erwähnt haben, die uns halt nicht gefallen haben und ja, das war auf jeden Fall Vorserie. Also in Serie dürfte es leiser werden und vielleicht ist auch das Thema Gangesprünge dann erledigt. Nur wenn es kurz am Rande, ein guter Freund von mir fährt relativ lang schon Pinion in einem normalen Rad und fährt am E-Bike Rohloff-Nabe und der sagt, also wenn man sich einmal an dieses Schaltverhalten zwischen 4, 5 und 8, 9 gewöhnt hat, dann ist das gar nicht mehr spürbar. Also es ist vielleicht auch Hermann auf hohem Niveau. Ich denke halt für mich, wenn ich mich neu drauf setze und habe halt was, was mir nicht so oder was mir negativ auffällt, dann muss ich es halt auch sagen und das haben wir getan. Okay, ja perfekt. Damit sind wir durch mit den Monatshighlights des Monatsjuni. Würde ich sagen. Okay, dann sehen wir uns zu den Monatshighlights vom Juli. Vom Juli wieder, genau. Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt zu dem Video jetzt, zu den Sachen, die wir angesprochen haben, schreibt gerne in die Kommentare, entweder im Artikel oder im Video. Wir verlinken euch noch andere Videos, die hier erwähnt worden sind und ansonsten. Wie immer bleibt elektrisch. Tschüss, Dankeschön.